SafeMoon Army, schön, dass du wieder dabei bist hier in der Kryptosphäre. Mein Name ist Hugo und wie immer heiße ich dich herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Und heute Abend steht die SafeMoon Sundays an. Die Arma findet heute Abend statt und es spricht alles dafür, dass heute V2 mit der nächsten Wallet Update für uns zur Verfügung steht. Und ich werde dir einige gute Gründe auch mitgeben, warum ausgerechnet heute der beste Tag für V2 sein kann. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in einer Woche, sondern heute. Und ich möchte dir dazu einige gute Informationen mitgeben und auch Gründe dafür, die heute dafür sprechen, dass SafeMoon die heiß ersehnlichste V2 Update für uns zur Verfügung stellt. Wir haben in den letzten Tagen einige Informationen bezüglich V2 mitbekommen, also einige Fragen, einige, ich sage mal, Verhaltensweisen, wie wir uns verhalten sollen bei Fragen. Und all das spricht nämlich dafür, dass SafeMoon uns jetzt auch für die kommende V2 Update, ich sage mal, auf eine gewisse Art und Weise auch wir vorbereitet sein sollten. All das spricht natürlich dafür, dass, ich sage mal, Vorkehrungen getroffen werden, um uns den Umstieg auf V2 so weit zu vereinfachen. Jetzt kommen die Gründe, warum heute V2 veröffentlicht werden sollte. Denn ich muss an dieser Stelle sagen, heute wird der letzte SafeMoon Sunday für uns stattfinden, für dieses Jahr. Also es wird dieses Jahr keine weiteren SafeMoon Sundays mehr geben, abgesehen von Operation Phoenix. Das ist wiederum ein sekundärer Teil, der, ich sage mal, anderweitig veröffentlicht wird diesen Jahres. Aber SafeMoon Sundays, also Armors, werden dieses Jahr nicht stattfinden. Heute ist das letzte. Ryan sagte in den vergangenen Armors ebenfalls, dass der heutige Arma oder dass die heutige Arma etwas sehr, sehr Besonderes sein wird. Und es wird auch viel besser werden als die Armors davor. Das spricht letztlich auch für V2. Weiterhin sagte auch John, dass er diesen Monat über Operation Phoenix sprechen möchte, aber nicht in der heutigen Arma. Das wird nämlich separat behandelt, also in einer separaten Arma. Und ich gehe davon aus, das ist jetzt meine Vermutung, dass in der heutigen Arma, ich sage mal, so ein Hauptfokus auf V2 eher gelegt wird und dass dort auch weitere Sachen besprochen werden. Und man muss nämlich auch sagen, beide, so wie John als auch Ryan, hatten uns auch bestätigt, dass das neue Wallet-Update, was auch V2 beinhaltet, an Apple gesendet wurde. Und wenn es von Apple jetzt heute oder gestern bereits genehmigt worden ist, könnte man rein theoretisch heute schon damit auch starten. Ein weiteres Indiz dafür, dass heute V2 kommt, wäre, es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Ryan während des Safe Moon Sundays bzw. der Arma eine, ich sage mal, eine Wallet-Update veröffentlicht hat. Das ist nämlich schon mal passiert, dass er innerhalb einer Arma ein Wallet-Update veröffentlicht hat. Und das könnte dafür aussprechen, dass er während der Arma V2 oder die Touren von V2 freigeben wird. Und es gibt auch solide Beweise dafür, dass vor einigen Tagen die Liquidität von V1 auf V2 übertragen wurde. Und all diese Faktoren sprechen letztlich auch für sich, dass die Arma, die jetzt auch mittlerweile stattfinden wird, in einigen Stunden, dass heute auch V2 diesbezüglich auch veröffentlicht wird. Das ist nur meine persönliche Meinung. Also ich kann nicht in die Köpfe von John und auch Ryan hineinschauen. Ich kann Indizien aufzuarbeiten und dir auch mitteilen. Mir ist nämlich wichtig, dass ich keine Euphorie hervorrufe, denn das sind auch wirklich nur Spekulationen an dieser Stelle, weil es ist die letzte Arma. Und in der letzten Arma sollte eigentlich sowas Grundliegendes, so ein Meilenstein wie V2 besprochen werden. Wir müssen noch eine Sache auch berücksichtigen. John und Ryan bzw. Safe Moon wird auch in den Weihnachtsurlaub gehen. Und heute wäre der beste Tag für V2, weil nehmen wir einmal an, dass die komplette Belegschaft von Safe Moon nächste Woche noch im Office ist und ab dem 20. in den Weihnachtsurlaub hingeht, weil sie müssen ja auch irgendwo mal Urlaub machen. Sie können ja nicht rund um die Uhr arbeiten. Dann wäre mit dem heutigen Tag, mit der Veröffentlichung von V2 noch fünf Werktage Zeit, um mögliche Bugfixes, kritische Fehler oder auch mögliche Software-Programmierungsfehler auszuarbeiten, um danach am 20. in den Urlaub eben auch zu starten, in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Und damit hätte man noch eine Woche Zeit, um mögliche Fehler auszuarbeiten, weil es müssen ja Leute im Büro sein. Es würde ja nicht funktionieren, dass sie das nächste Woche veröffentlichen und dann in den Urlaub gehen und es innerhalb von V2 irgendwelche kritischen Fehler entstehen. Und das wäre nicht ganz zielführend. Deswegen nehme ich einmal an, dass heute mit dem heutigen Tag auch die AMA V2 veröffentlicht wird. Es sind Mutmaßungen. Ich weiß, das Geschrei wird dann auch groß werden, wenn es heute kein V2 gibt. Aber wir müssen uns auf alles einstellen. Mittlerweile muss ich auch an dieser Stelle sagen, ich kann auch dieses ganze Imminent very soon auch nicht mehr hören, denn ich bin da auch ganz bei euch. Ich will auch, dass Save Moon abliefert. Da steckt auch mein Geld dahinter. Und natürlich möchte ich auch, ich sage mal, Erfolgserlebnisse auch haben. Und nicht nur very soon und imminent, da bin ich vollkommen auf eurer Seite. Aber es würde tatsächlich vieles dafür sprechen, dass die AMA heute stattfindet. Wie immer wirst du von mir auf meinem Kanal auch die Zusammenfassung der AMAs bekommen. Ich denke mal, wenn ich es schaffe, heute noch, aller spätestens morgen, morgen früh, werde ich dir die Zusammenfassung soweit erstellen. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Falls du es noch nicht getan hast, hinterlass mir gerne ein Abo oder auch ein Feedback in Form der Kommentare. Ich freue mich riesig über Feedback von dir. Bis dahin, dein Hugo von der Kryptosphäre. Bis dahin, dein Hugo von der Kryptosphäre.